Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Hallo zusammen! Schön, dass ihr den Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Schaut mal, was ich neben mir liegen habe. Das ist die Ed Euromaus. Die hat mir mein Papa mitgebracht zum Spielen. Übrigens, es gibt neue Videos, die ihr euch mal angucken könnt. Die sind auch wieder super geworden. Und da freut es sich immer, wenn ihr einen Daumen nach oben macht und ein Abo da lasst. Also, viel Spaß beim Schauen. Bis bald. Tschüss! Hallo zusammen! Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Heute möchte ich euch erstmal gemütlich mitnehmen. Ein kleiner Spaziergang, ein kleiner Rundgang durch den Vorhof im El Andalus, dem Europa-Park-Hotel. Und anschließend, ich finde es immer so mega, was die Arbeiter da alles leisten. Schaut es euch bitte an. Und ich sage vielen Dank fürs Anschauen und die netten Kommentare, die hoffentlich kommen. Bleibt gesund! Martin! Oh, oh, hier geht es weiter, Leute. Hallo! Was geht jetzt? Was geht bei euch? Ein Fahrerhoffeng im Tipidorf. Im Tipidorf-Fahne? Ja. Kommt gesucht. Ah, okay. Und da fahrt ihr mit dem hier bis zum Tipidorf? Ja, wir fahren hier. Okay. Bis zum Tipidorf. Und mit Anschnallen. Na ja, Sicherheit geht vor. Und dein roter Helm, der ist bekannt. Schön, vielleicht sehen wir uns nachher. Ja. Tschüss, schönen Tag noch. Wir haben ja wieder Traubenwetter. Ja, schöne Sohne, ja. Ja. Ah, da hinten geht auch was. So, dann sage ich, ich schaue für euch weiter. Tschüss. 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 Oh, das war's. Ja. Gut. Und weiter geht's für euch Martin. Hallo, darf ich filmen? Hallo und herzlich willkommen, natürlich immer gerne. Und was macht ihr? Auch wir transportieren dies und das. Okay. Genau. Schön. Bei dem Wetter. Genau bei dem Wetter. Was machen Sie? Martin heiße ich. Du kannst du sagen. Freut mich Martin, ich bin der Beck. Okay. Ja, ich guck jetzt mal was noch weiter so geht. Jawoll, dann ganz viel Spaß. Schönen Tag noch. Tschüss. Schönen Tag. Rabu. Untertitelung. BR 2018 Morgen! Fährt Wotan!